Herzlich Willkommen zum ersten Teil meiner RedRig V-Core Aufbauserie. In diesem Video stelle ich euch den Drucker und die Idee hinter RedRig kurz vor und zeige euch meine Konfiguration, also genauer gesagt die Einzelteile, die ich für den Bau meines V-Core 3D Druckers verwenden werde. RedRig kommt aus Portugal und bietet eine ganze Reihe an Hardware an, also Bauteile wie Aluprofile, Verbinder, Schrauben und so weiter. Aus diesen Bauteilen gibt es dann auch fertige Bausätze für eigens entwickelte und Community-Projekte in den Bereichen Kamera-Equipment bzw. Slider, CNC-Fräsen und eben 3D-Druckern. Aktuell gibt es zwei Drucker im Angebot, den RedRig V-Minion und den V-Core 3.1. In der Vergangenheit gab es auch noch andere Modelle und in Zukunft wird es auch noch neue Drucker und Versionen geben. Ein V-Core mit Independent Dual Extruder kann bereits zum Beta-Testen erworben werden. Dazu sollte man noch erwähnen, dass alle Drucker vollständig Open Source sind, was für mich ein wichtiges Argument war. Ich habe mich für den V-Core 3.1 entschieden, da ich einen größeren CoreXY-Drucker haben möchte, um a größere Bauteile drucken zu können und b ein wenig mit Speedprinting, also Funktionen wie Input Shaping, experimentieren möchte. Im Shop von RedRig hat man im Grunde zwei Optionen, entweder man kauft das Standard-Kit, hier bekommt man bis auf wenige Ausnahmen alles, um einen V-Core aufzubauen und das in der Konfiguration, die RedRig selbst am liebsten nutzt. Oder aber man nimmt das konfigurierbare Kit, in dem man selbst auswählen kann, welche Teile man benötigt und welche nicht. Außerdem gibt es gerade für den Toolhead einige andere Optionen. Nun gehen wir einmal gemeinsam durch, welche Bauteile ich gewählt habe. Beim Druckvolumen habe ich mich für die 300mm Version entschieden, da das in meinen Augen eine ordentliche Größe ist, mit der man arbeiten kann und der Rahmen des Druckers gleichzeitig noch einigermaßen kompakt bleibt, zumindest vergleichsweise kompakt. Dafür wählt man das entsprechende Mechanical Kit aus, welches dann alle benötigten Schrauben, Profile, Linear Rails und das Druckbett in der passenden Größe und Menge beinhaltet. Das Mechanical Kit wurde mir freundlicherweise durch RedRig selbst kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt. Beim Control Board habe ich mich für das BigTreeTag Octopus V1.1 mit entsprechenden TMC2209 Treibern entschieden, um Clipper mit RedRays verwenden zu können. Auf RedOS kann ich gerne auch nochmal in einem separaten Video näher eingehen. Danke an BigTreeTag, da sie mir das Board sowie die Treiber für dieses Bauprojekt zugesendet haben. Für das Hotend hat man einige Optionen, da der RedRig das sogenannte EVA-EVA-System verwendet, mit dem sich jede Menge an Hotends, Extrudern, Lüfter und Bed-Leveling-Proben kombinieren lassen. Da mir vor einiger Zeit Vetus der neues Rapido 2.0 Ultra-Highflow Hotend zum Testen zugesendet hat und dieses sehr große Flowrates verspricht und häufig in der Community verwendet wird, werde ich es für den RedRig einbauen. Beim Extruder habe ich den Orbiter 2.0 von LDO Motors gewählt, da er im Extruder-Vergleich von CNC Kitchen im Extrusionskraft-zu-Gewicht-Verhältnis gewonnen hat und ebenfalls häufig von der Community empfohlen wird. Danke an Jason von LDO, der mir diesen Extruder zugesendet hat. Die Druckteile können aus PETG bei RedRig zu einem relativ guten Preis mitbestellt werden. Da ich jedoch genug Drucker habe und zumindest die Teile für den Extruder gerne aus ABS haben wollte, druckte ich mir selbst aus Nobufill PETG und ABS-X. Dafür habe ich zwei Spulen PETG Lime Green für die ganzen Basisteile, also Motorhalterungen und so weiter und einmal ABS-X Lime Green sowie ABS-X Astro Black für die EVA, also Extruder-Teile. Die Druckqualität ist sehr überzeugend und die Farben passen meiner Meinung nach wirklich gut zu RedRig. Man vergisst schnell, dass es sich um 100% recycelte Kunststoffe handelt. Danke an Nobufill, den Link zu deren Seite sowie allen anderen Sponsoren des Projekts findet ihr in der Videobeschreibung. Die 5 Nebmer 17 Stepper-Motoren wurden mir ebenfalls von LDO Motors zugeschickt und sind genau die, die man auch bei RedRig direkt kaufen kann. Beim Flexplate-Set hat mir CR3D-freundlicherweise eine Siner-Sheets zugesendet. Das hat genau die passende Größe und während das originale RedRig-Sheet nur einseitig Pulver beschichtet ist, ist das CR3D-doppelseitig beschichtet, was mir sehr gut gefällt. CR3D allgemein bietet als deutscher Shop eine relativ große Auswahl an 3D-Druckerteilen, wobei viele auch in den RedRig-Druckern verwendet werden. Schaut dort also gerne mal vorbei, wenn du noch Bauteile benötigst. Für die Heizmatte habe ich das Kinovo 600 Watt bei RedRig direkt gekauft, denn hier sind Thermistor und Sicherungen direkt in der passenden Orientierung mit eingebaut. Auch das dazu passende Solid-State-Relay von Sealin habe ich direkt bei RedRig erworben. Beim Netzteil habe ich mich für die 350 Watt-Version von Weho entschieden, um auch eventuelle Upgrades später über das Netzteil anschließen zu können. Die Hotend- und Bauteil-Lüfter habe ich zunächst nach Verfügbarkeit gekauft, also den Standard 40mm Fan für das Hotend und den 40-28 Lüfter von Nidec für die Bauteilkühlung. Da diese wohl jedoch häufiger mal kaputt gehen, zumindest nach dem, was ich bisher so gelesen habe, werde ich die Lüfter eventuell nachträglich nochmal austauschen. Bei der Probe für die Bett-Nivellierung habe ich mich für die induktive Superpinda von Pepperl & Fuchs entschieden, da ich hiermit bereits auf meinen Karibus sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die Probe wurde mir ebenfalls von CA3D zur Verfügung gestellt. Hier bekommt man sie unter dem Namen Sub-CR-Probe nochmal günstiger als bei RedRig und eben direkt aus Deutschland. Die Endstops sind auf solchen kleinen Platinen und für gerade einmal 1,01 Euro ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen, da ich häufig gelesen habe, dass vom Homing ohne Sensoren gerade für Anfänger abgeraten wird und ich zähle mich in diesem Bereich definitiv als Anfänger. Das Wiring-Kit ist optional und bietet Kabel für die Endstops und Motoren in den passenden Längen. Auch das wurde mir von RedRig dazu geschenkt, man könnte sich die Kabel aber auch selbst anfertigen, wenn man sich das Geld sparen will. Das Enclosure habe ich nicht gewählt. Beim Raspi hatte ich noch einen Pi 3B da und auch bereits RedOS problemlos installiert. Außerdem habe ich die Dayspring-LEDs von Vector3D, um den 3D-Drucker innen zu beleuchten. Als ich Anfang des Jahres die Planung meines RedRigs angefangen hatte, gab es diese noch nicht im RedRig-Shop zu kaufen und da hatte mir Adam von Vector3D zwei dieser LED-Bars freundlicherweise geschenkt, als wir uns in Birmingham auf der TCT360 getroffen hatten. Danke nochmal an dieser Stelle. Die einzigen wirklich wichtigen Bauteile, die von RedRig nicht selbst geliefert werden, sind die Panels. Mit dem Electronics-Panel werden die ganzen elektronischen Bauteile, wie Netzteil, SSR, Board usw. an der Rückseite des Druckers montiert. Dieses muss lokal gekauft bzw. selbst hergestellt werden und ich habe glücklicherweise den Discord-User FFB im German-Channel des RedRig-Discords kennengelernt. Er fräst die Panels und arbeitet bereits in einem Shop, um sie offiziell anbieten zu können. Neben dem Electronics- und Basis-Panel, die wirklich äußerst hochwertig wirken, hat er mir außerdem Mods wie sein Full Metal Motor Mount, kurz FMMM, Full Metal Idler Mount und Heatset-Inserts passend für die EFA-Teile gesendet. All diese Teile sollen dann auch in seinem Shop angeboten werden und sobald dieser verfügbar ist, werde ich ihn euch direkt in den Kommentaren unter diesem Video verlinken. Außerdem hat mir Spannsysteme bereits einige Upgrades geschickt, die ich direkt mit einbauen möchte. Einmal haben wir hier eine besonders leichte X-Gantry aus Aluminium, die weniger als die Hälfte im Vergleich zum eigentlich verwendeten 2020-Alu-Profil wiegt. Da die gesamte X-Achse beim Speedprinting quasi permanent bewegt wird, ist es sehr vorteilhaft, wenn diese ebenfalls möglichst leicht ist. Dazu habe ich zwei dieser rechtwinkligen Supports für den Rahmen, um diesen zu versteifen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, an welcher Stelle ihr die anbringen würdet. Mit diesen 14mm Spacern lässt sich, soweit ich weiß, der Aufbau der Idler vereinfachen und präziser machen, da hier normalerweise mehrere Abstandshülsen gestapelt werden. Ich muss allerdings noch schauen, wie sich das mit dem FMMM verträgt. So, das war's mit dem ersten Teil dieser RedRick V-Core-Serie. Im nächsten Teil zeige ich euch den Aufbau, dann die Konfiguration der Firmware und beende die Serie mit einem Fazit, vergleichen zu anderen Drucker und möglichen Upgrades, um noch mehr aus diesem Drucker herauszuholen. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Schreibt mir außerdem gerne eure Meinung zu dieser Konfiguration in die Kommentare. Welche Bauteile hättet ihr gewählt? Ich danke hiermit nochmal allen Sponsoren, die Bauteile beigetragen haben und somit dieses Aufbauprojekt möglich machen.